So, der Speer. Ja, der Speer ist die stärkste Schadensklasse im Spiel und ja, wie wird man den aufbauen? Wir haben hier den Survivalist Rick. Ich kann euch leider keinen perfekten, ausgebauten Speer zeigen, da bei mir immer die Waffen und sowas alles Mangelware waren. Ich habe jetzt eine Mistgabel, die ist aber noch nicht gelevelt und auch der Rick noch nicht. Aber ich kann euch zeigen, wie man ihn baut. So, hier rechts sehen wir schon wieder Stark, Glückspilz, mächtiger Schlag und erbarmungslos. Survivalist Rick ist der stärkste Speer überhaupt. Das liegt auch mit an seinem Leader Trade. 50% mehr Gesamtschaden. Und der Vorteil an dem Survivalist Rick ist, der ist von Anfang an perfekt gerollt. Stark, Glückspilz, mächtiger Schlag und erbarmungslos. Jetzt blende ich einmal die Übersicht ein. So, und da haben wir hier einmal die Abilities, also die Fähigkeiten, wie ich gerade schon gesagt habe. Stark, Glückspilz, mächtiger Schlag und erbarmungslos. Ähm, wenn ihr einen Nicht-Helden als Speer habt, könnt ihr auch noch keine halben Sachen, genau. Das könnt ihr dann auch noch auf den Nicht-Helden machen. Hier mein Huntsman Daryl, der hat das sogar. Dann die Abzeichen, wie gesagt, dreimal Schaden, dreimal kritischer Schaden. Und dann gibt es unterschiedliche Waffen, mit denen man spielen kann. Es gibt dann die Waffen, wie zum Beispiel hier die Mistgabel mit der hohen Reichweite. Die reicht bis zu zwei Felder weit. Und durch das Taktisch, wo er sich nach dem Angriff nochmal bewegen kann, kann man sehr gut kiten. Das bedeutet, du lässt den Beißer bis auf ein Feld, also bis auf zwei Felder vor dir herankommen und kannst dann aus dem Stand angreifen. Und dann wirkt auch dieser mächtige Schlag. Angriffe, die in deiner Runde gemacht werden, erhalten 40% Gesamtschaden und haben 40% mehr kritische Trefferchance, wenn du dich nicht bewegt hast. Und das ist halt der Trick beim Kiten. Du greifst aus dem Stand an und bewegst dich dann wieder zwei Felder zurück. Lässt ihn dann wieder zwei Felder an dich herankommen und greifst dann wieder an und gehst wieder zurück. So machst du halt mehr Schaden aus dem Stand, wenn du dich nach dem Angreifen erst bewegst. Sowas funktioniert aber nur mit einer taktischen Waffe, die zwei Felder weit reicht. Dann gibt es noch zum Beispiel so eine Waffe hier, der tödliche Spieß verringert die Bedrohung um eins. Dafür sind die Späher halt auch nicht schlecht, um die Bedrohung zu reduzieren. Dafür braucht man jetzt nicht unbedingt den tödlichen Spieß. Und zwar gibt es auch Waffen, wie zum Beispiel das Kürbismesser hier. Da haben wir da unten diesen, der ist ja auch auf der Übersicht eingeblendet. 75% Chance auf eine Bedrohungsreduzierung. Also Späher kann man auch gut benutzen, um die Bedrohung zu reduzieren. So, jetzt gehen wir mal wieder auf den Rig. So, Rüstungen. Auf jeden Fall erbarmungslos. Das ist ein Must-Have. Das erhöht natürlich wieder den Schaden und das wollen wir natürlich bei der höchsten Schadensklasse haben. Und ansonsten ist der Rest eher weniger wichtig, weil das ist halt mehr auf Verteidigung ausgelegt. Aber so ein Späher ist nun mal rot, sobald er angegriffen wird im höheren Level-Bereich. Man kann jetzt hier so eine Rüstung nehmen mit Schutzanzug und Ausweichen. In der Hoffnung, dass wenn man mal einen Fehler gemacht hat, einfach in der Hoffnung, dass du ausweichst und den Angriff vielleicht doch noch überlebst. Ja, wichtig ist halt in dem Punkt erbarmungslos. Genau. So, jetzt haben wir den Rig, der den höchsten Schaden verursacht. Dann haben wir noch einen Daryl, der mit seinem Pirschen sehr interessant ist, auf jeden Fall, da er beim Vorbeilaufen Schaden machen kann. Und genau in dieser Reihenfolge, Rig und dann Daryl, das kommt natürlich auf die entsprechenden Missionen an, wo wer sinnvoller ist. Wer aber mittlerweile auch sinnvoll ist, ist Glenn. Und zwar ist er sinnvoll, weil sein Mülltaucher Glück seit dem Update ein kleines Upgrade bekommen hat. Und zwar kann er sich nach dem Öffnen eines Objektes nochmal bewegen. Und das kann auch sehr hilfreich in bestimmten Missionen sein. Es gab auch vor kurzem eine Herausforderung, wo man ihn einfach gebraucht hat. Mit Beta zusammen konnte man einfach Kisten öffnen und die Beißer so kontrollieren, dass man nach dem Kistenöffnen direkt ins Ziel laufen konnte, ohne irgendjemanden töten zu müssen. So, das war es jetzt eigentlich im Großen und Ganzen mit dem Speer. Wenn ich irgendetwas vergessen haben sollte, dann lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Da könnt wir und ihr uns dann auch noch ein wenig darüber austauschen. Genau. Ciao.